Der OneHandLace besteht aus einem handelsüblichen Schnürsenkel der Firma Ringelspitz. Darin ist ein Metalldraht integriert, der die Aufgabe hat, den Knoten in der Mitte der obersten zwei Löcher zu positionieren und da man ja nur mit einer Hand anziehen kann, den Schnürsenkel in der Position zu halten. Abgeschlossen wird der Draht durch zwei Metallpinken, damit der Schnürsenkel nicht durchgescheuert wird. Für den linken und den rechten Schuh gibt es zwei verschiedene Schnürsenkel. Der Schnürsenkel für den rechten Schuh hat immer eine silberne Pinke, und der für den linken Schuh hat eine dunkle Pinke. Es ist wichtig, dass die Schnürsenkel immer in den richtigen Schuh eingezogen werden.